hallo liebe leute ich bin der komische 1 und sox let's play und crazy talk videos ja heute gibt es mal wieder ein update war man das letzte update gewesen ganz kurz rein das letzte update war am fünften vierten gewesen fünfte vierte welche tag war das gewesen am montag also das war sogar noch in dieser woche aber gut ich hatte gesagt hey manchmal kann es auch mal vorkommen dass es zweimal in der wochen update mache ansonsten einmal in der woche aber diesmal zweimal denn es ist etwas wichtiges was ich sagen möchte bzw für die leute sagen möchte die sich zum beispiel wundern wenn ich irgendwie ins team starte und und zum beispiel da nichts läuft kein reaction oder kein let's play sondern einfach nur musik läuft und man sieht halt diesen abo konta wie viele abonnenten ich zum beispiel habe das nennt sich abo counter stream das läuft einfach was ich wie viele stunden 23 stunden oder vielleicht auch mal vier bis sechs stunden und ja da läuft einfach nur die musik rüber und die ganze zeit halte ich ja hintergrund dieser dieser hintergrund von mir mit der abo zahl welche stadt wer sich da mal gewundert hatte warum da ja warum da irgendwie nix kam weil ich hab ich hab's ja mal gemacht gehabt weiß nicht mehr wann gucken wir mal gerade mal nach also ich gucke selber mal nach das war 13 dritten da bis ich gemacht gehabt so zwei stunden sowas und hat einer halt da hat einer geschrieben gehabt hey geht's gleich los richtig denn ich dachte erst mal wie was geht's gleich los da steht auch akku apocon abo counter stream und derzeit davor derjenige scheinbar auch geliked weil da gewesen und derjenige scheinbar auch geliked weil gleich weg gemacht und dann geht es mir gedacht du bist auch bescheuert alter kannst du nicht lesen anscheinend nicht ich finde man sollte schon vorher lesen wie der titel von dem live stream heißt bevor man rein klickt aber wenn man natürlich nichts lesen tut sondern einfach denkt ja gleich geht's los mit wie ex nur da jetzt play geil und dann nur ein abo kontakt hast du ihn heißt vielleicht ein bisschen enttäuscht klar kann es verstehen aber dafür ist der titel da mir nur den es liefst dann pech gehabt ganz einfach leute gut das war eigentlich schon das was ich sagen wollte ein kurzes update könnte man sogar eine kurze update projekt abteilung sozusagen rein schieben aber ich scheiße auf die kurzen updates diesmal lange zeit gemacht habe nur noch update ob das kurz ist oder lang ist einfach update so ich bin raus also leute bis dann ja kommen sie 21 jähr